Hallihallo, wir sind mittlerweile in einer anderen Halle gelandet, Spielwarenmesse 2017 hier in Nürnberg. Und ich habe jetzt einen neuen Gesprächspartner, wir werden das Interview auf Englisch führen. Hallo Greg von Holland und du bist von der Firma Follett. Du bist hier in Nürnberg in der Spielwarenmesse, der Toy Fair, und du hast hier ein paar wundervolle Dinge. Was ist brandneuer für Follett? Wir haben viele neue Follettungen, und eines der best-sellingen Produkte dieser Follettung ist alles mit Unicorns. Unicorns sind heiß. Und wir haben eine Party-Line mit Unicorns, und ich weiß nicht, wir haben eine sehr schöne Unicorn-Tiara, die wir auch verkaufen. Und wir haben Cups, Pläts, Napkens, Ballons, und ja, es ist eine sehr populare Line. So, du bist die perfekte Firma, wenn es um Party-Line geht, also ich bin ein perfekter Unicorn, aber du hast nicht nur Unicorn-Tiara, sondern du hast verschiedene Dinge. Ja, wir haben rund 12.000 Produkte, und alle Produkte, die du selbst decorierst, deine Wohnung, deine Haus, oder sogar deine Straße. So, wir haben viele Dinge, die wir haben, für eine gute Party. Ja, Party-Celebrate, natürlich. Hier, ich sehe, du kannst du 18. Thursday-30. Ich habe mich auf 30, ich glaube. Ja, ich bin 30 in ein bisschen. Ja, ein bisschen, 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 ein bisschen. Ja, so, wir arbeiten auf das. So, es ist, everybody ist, you know, cool hier. Wir haben so viele Dinge, und ich denke, dass es ein Highlight für dieses Jahr ist. Unicorn ist eine Trend, aber vielleicht ist es ein Neu Trend, aber vielleicht ist es ein Neu Trend. Ja, was du sehen, ist, dass die Leute mehr Geld auf Party-Produkte spenden. Warum? Weil die Leute gerne anders sein, als die anderen. So, du hast eine große Range von Produkten, die sind günstiger, und das ist auch sehr populär. Und dann hast du eine Range von Produkten, die sind ein bisschen mehr Exclusive, und sie mögen, dass sie ein bisschen mehr Geld dafür bezahlen. So, das ist ein bisschen interessant für die Entwicklung in Party-Produkten. Ich verstehe, so, viele, viele Dinge. So, da ist ein Highlight, da ist ein Highlight, vielleicht kannst du das beschreiben. Ich zeige dir, ich zeige dir. Ich zeige dir, soll ich einen für dich nehmen? Ja, ja. Ja, und wir schauen uns noch ein bisschen um bei Vollart hier am Stand. Da gibt es ja so viel zu entdecken, wenn es um Party geht und Verkleidung natürlich auch. Gerade war ich schon ein Einhorn. I was a unicorn, just a few minutes ago, and now, what do you have here, Greg? This is something new we have. It's a moving mask, and I will demonstrate it. It's very easy to wear it. A moving mask. And, like this. And, if you move it, if you talk like it, it moves. So, you can just drink a beer or, yeah, play with it. That's perfect for incognito, or you can have your own animal farm, right? Yeah. Maybe I should do an interview with Greg. Is it a bull, or what is it? This is a bull, but we also have a moving mask donkey. And this is a wolf, right? Or a nice dog. So, yeah, there are lots of things to wear. So, you can be what you want to be, actually. You can be what you want to be, and it's a really fun product. And people like it, yeah. Yeah, farm products fallout here at the Spielwahlmesse at the Toy Fair in Nürnberg. Is there any animal that you would like to be? Actually, I'm going for this bull. Yeah, I like bull, I like red bull, and so I also like this costume. Also, das passende Kostüm für jeden, the perfect costume for everybody here, fallout. Thank you very much, Greg. Thank you. And I will just have a look around. Have a great. Yeah, very inspiring. And I might be a wolf later. Wah!